Ich glaube, es ist so ein bisschen Doppelteam, kommt vielleicht mal ein bisschen nach rechts, dann kann er auch mal nach rechts. Es geht hier richtig ab gerade. Ich habe mich dazu entschieden, hier einfach nochmal ein Video aufzunehmen. Also, alle, die dann bei mir gucken, ihr seht es dann auch. Weil es bei mir gerade echt übel abgeht. Also, wie läuft es bei euch gerade? Ganz gut, aber wir sollten uns eigentlich mal treffen. Da ist die sechs Döner. Wo seid ihr? Also, ich komme gerne. Ich habe auch Masse. Links unten. Ich bin jetzt rechts unten. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich da Shadow mal antreffe. Also, der sollte jetzt auch... Gott, Lichte schreibt, machst du in den Ferien auch noch Streams bei Guso? Da kommt DLG. Also, ich vertraue dem nicht, weil der mich schon mal gegessen hat. Ich weiß nicht mal. Guso? Ja? Streams bei dir in Hamburg? Ja, bestimmt. Ach klar, warum nicht? Okay, sehr schön. Lichtle, bist du das? Ja, DLG. Ja, sehr nice. Jetzt haben wir uns endlich gefunden. Jetzt wird richtig ab... Pass auf, jetzt Fullspill, Fullspill, Fullspill. Nein, ganz knapp. Ja, ich habe ihn. Sehr schön. Reicht, 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 reicht. So läuft es bei uns. Ja. Und hier, der neben dir, DLG, Neptun läuft auch bei ihm auf jeden Fall. Er hat gut geholfen. TYT, Shadow können wir... DLG, die SEA expand. Also, passt. Nice. Sehr gut, so läuft es bei uns. Wo ist Shadow? Shadow kommen wir nach... Shadow ist gerade bei ihm. Der ist gerade bei ihm, bei Lichtle. Oh, links, rechts neben uns ist hier einer, der richtig fett ist. Ich habe ihn ganz, ich habe ihn ganz. DLG, Shadow. Ja, rechts von uns, wir müssen aufpassen. Rechts von uns. Genau, rechts von uns müssen wir aufpassen. Ich glaube, der fliegt in unsere Richtung, wir müssen hier weg. Ich gehe mal unten langsam, nach unten ein bisschen. Genau, ein Mann frei. Neptun hat sich in mich geteilt. Das, also ganz ehrlich, das läuft hier richtig, richtig gut. Lichtle, komm mal mit, wir fressen ein paar Viren. Hier rechts neben dir ist eine Viren. Oh, ich habe Christy gegessen, sorry dafür. Hier, jetzt kann ich den an... Nee, anschießen ist Quatsch. Einfach rüber reinfliegen, wa? Ja, warte, ich fliege rein. Okay, fliege rein. Wo ist denn der Dude? Der ist bei uns. Okay, nice. Wo seid ihr ungefähr? Links, rechts. Links und dann so mittags. Ja, unten, ja, ja, genau. So, passt. Shadow, du kriegst natürlich wieder zurück. Kleinen Moment. DLG Slime ist auch dabei. Ein Mann frei läuft. Super gut. Guck mal, guck mal, die Top-Liste. Nein, Guzo, nein. Oh, ja, ich habe es gesehen. Da ist DLG Guzo. Kann ich sehen? Wie denn doch das Ding, Guzo? Ja, ich weiß, ich weiß. Ah, warte. Du musst treffen. Ey, das gibt es nicht, ey, oder? Ja, geht nicht mehr. Komm her. Ich nehme den großen Teil gleich von dir. Jetzt feed mich, feed mich. Ja, klar, warte. Wie kann man DLG beitreten? Das ist jetzt kein richtiger Clan. Das ist einfach so. Ja, Guzo. Ja, Guzo. DLG Slime machen wir Team. Ja, okay. Ey, du bist so ein Pennerkind. Ey, weißt du, du, Lichtle, sag zu dir, bitte mach, oder sag zu mir, splitter dich in Rage rein. Und du, nee, das war ein Fehler. Äh, die Rage, Rage, ich bin da, ich bin da. Nice. Rage, hier. Ja, genau. Es lohnt sich echt nicht hier zu sein, weil er keine Antwort gibt. Wir haben es gerade schon so oft besprochen. Es geht einfach oft nicht, wenn man spielt und dann auch noch, sorry, darf ich versuch, ich geh mein Bestes, aber. Ich, ich will jetzt mal den Virus getten. Warte mal, bleib mal. Ah, okay, sehr nice gemacht. Sehr nice gemacht. Easy going, hallo Mama, wo du jetzt leider. Ja, genau. Nee, rein splitten mit Leertaste einmal. Okay, einmal, okay. Genau, so zack, jetzt einmal nach oben splitten. Nach oben einmal jetzt splitten. Nochmal, okay. Ja, dann sind nämlich alle kleinen Teile hinter deinem Main-Teil. Dann ess ich die jetzt, komm her. Ja, wo seid ihr denn? Ganz rechts. Ganz rechts, komm, ich komm, ich komm. Versuch mal, mir zu antworten. Jo, Marek, die Gamer, ich weiß nicht, auf was ich antworten soll. Guck, und dann sind nämlich immer alle Teile hinter meinem Main-Teil. Und so können wir Masse holen. Okay, ein Mann frei. Hier jetzt, Lichtle, bist du das? Lichtle, Oma ist neben dir, richtig? Die Spinne. Ja, genau. Crystal, genau, läuft hier. Stopp, stopp, hier jetzt in die Viruse rein. Zack, hier. Kommt her, holt euch. Einmal nach oben splitten, jetzt einmal nach oben splitten. Ja. So, zack. Jetzt gettet du mich, genau. Wunderbar. Ah, sehr gut, sehr gut läuft, auf jeden Fall. Da ist jetzt dieser D, ey. Ey, wo seid ihr denn jetzt hin? Da ist dieser D, ey. Rechts oben, immer noch rechts oben. Shadow bist du die Fledermaus, bist du das hier? Ne, ich bin das hier. Ne, ne, ich mein Shadow jetzt. Ich weiß nämlich nicht, wer der echt Shadow ist. Der ist der mit der Fledermaus, genau. Okay, gut. So. Das heißt, wir haben uns jetzt endlich mal gefunden. Jetzt haben wir uns gefunden. Jetzt geht's hier richtig crazy shit ab. Genau. Oh, Crystal geht grad übel ab. Lichtle, du kannst mir noch ein bisschen feeden. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich geb's dir gleich wieder. So. Passt das? Ja, genau. Läuft. Crystal kriegt auch noch was. Alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ja, einwandfrei. Hier, hier, jetzt in den, ich will mich in den Virus, ich will mich in den Virus splitten. Yo. Wer will meinen, hier, hier, genau, Lichtle, ja, genau, genau, sehr gut. Und jetzt kannst du mich wieder hoch, ja, so. Oh, jetzt klappt das mit den Viren, das ist geil, das find ich cool. Ja, ja, dass das mit den Viren geklappt hat. Das ist echt ganz nice. Ja, dass das einfach wirklich besser läuft jetzt. Weil da lernt man dann doch schon enorm was. Kommt ihr wieder hier hoch? Ich würd gern, Lichtle, rechts oben, nochmal ein bisschen weiter. Ich würd gern den nächsten Virus killen. Jo, warte, warte, wir werden dann extrem spannend. Moritz, komm unbedingt zu uns, komm unbedingt, da ist Loa. Ich bin direkt unter euch. Du musst unbedingt zu uns kommen. Soll ich den splitten? Äh, nee, der frisst grad, äh, splitte dich in Crystal rein, schnell. Ich bin zu, ich bin unter den, fuck, Alter. Ich probiere den Virus in Loa zu sp... Ja, ja, ich komm auch grad von der Seite, aber das ist echt riskant für mich und Shadow, weil wir sind so klein, wir sind so schnell weg. Oh fuck, wir sind gleich weg, wenn das so weitergeht. Also wenn er kommt, dann... Los, 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 irgendwie ein Crystal rein. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, weil die sind genau ineinander und Crystals glaub ich gleich weg, oder? Ja, er ist weg, er ist ganz weg. Ich bin auch weg, oh man. Äh, denn, dann kommt trotzdem her, ich hab Marse noch. Diese Stats, 323 Food eaten, 7300 highest mass, ich hab insgesamt 279 andere Leute gegessen, easy. Ja gut, war das mit den Bots, nee, gell, du bist ja... Nee, ohne Bots. Ja, stimmt schon. Ja, man, nice. Frohe Festtage. Übrigens, Guzo und überhaupt so an die Leute. Das wollte ich mal ausprobieren. Soll ich mal in Folgen jetzt einfach mal so Weihnachtsmusik verwenden für die Stimmung? Na, wenn du's rechtemäßig darfst, ja. Ich glaub, das ist irgendwie ne ganz gute Idee. Oh nein, ich wurde voll von Loa. So Weihnachtsmusik, so Lieder, einfach so im Hintergrund. Hihi. Ja klar, rechtemäßig halt, musst du halt beachten. Äh, wo seid ihr jetzt? Ich wurde leider komplett ge-eatet. Ja, treffen wir uns wieder rechts oben oder so. Rechts oben, okay. Na, da ist aber der Camping hier, dieser Loa. Der hat mich ja gerade gegessen. Macht das Sinn? Okay, die meisten Leute wollen Weihnachtsmusik, sehr schön. Okay. Das können wir mal machen. Ey, mein iPad leuchtet immer so, immer mal wieder auf. Angriff, 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 Angriff. Ja, diese Loa sind jetzt so fett und Spaß, das ist echt extrem hart. Na, treffen wir uns links oben. Links oben, okay. Ah, da ist der Gedicht gekommen. Ey, Guso, Guso. Du weißt ja, Michael Jackson ist immer so der Top-Liker bei mir, gell? Ja. Und der will die ganze Michael-Jackson-Musik. Und jetzt hört er aber Weihnachtsmusik. Und jetzt schreibt er keine Weihnachtsmusik, sondern Michael-Jackson-Musik. Ja, ärgerlich. Jetzt ist der Camping, jetzt ist der Lano-Loa-Camping ist jetzt links. Weißt du, warum ist der links? Ja, und der macht auch wieder mit Virus zusammen. So, das war's fürs erste Video. Ich mach mal hier die Stopptaste. Haut mal bitte rein, Leute.